Aus diesem Grund solltest du aufhören, immer mit Fußballschuhe zu spielen und nur noch barfuß zu spielen. Barfuß zu spielen trainiert einfach deine Füße alleine. Du kannst dadurch einfach dein Ballgefühl verbessern, das ist einfach ein Fakt. Als Beispiel dafür kann man die ganzen Brasilianen nehmen, die immer einfach barfuß spielen, Freunde. Da sieht man einfach, wie krass deren Ballgefühl ist. Ist auch sozusagen einfach eine Art Regeneration für die Füße. Die Füße brauchen auch ab und zu einfach frische Luft. Ich selber merke einfach, wenn ich barfuß spiele, kann ich irgendwie besser spielen, Freunde, wie man unschwer erkennen kann.